Ja, alleine kann ich da nicht reinhüpfen, das ist ein bisschen blöder. Das bringt's da nicht. Und was zieht denn auch was ab, wenn ich die anröpse? Ich hab nix mehr, ich hab nix mehr, uuuuuh, ich hab nix mehr. Jetzt killt er mich. Der kommt, oh nein, uuuuh, der hat aber ne miese Attacke, echt ne miese Attacke, der Typ. Ey, voll aufgereiht jetzt schon. Naja, gut, so super offensiv kann man die auch verdient auf jeden Fall nicht spielen. Die kann halt muss dann, kann so ne Welle, so ne Pushback machen oder ja. Ja, na zu offensiv solltest du die ja nicht spielen. Ja, da geh mir nicht auf den Sack, du Eier-Tante. Ja, ist ja sehr freundlich von dir. Naja, jetzt sollte der Gegner da treffen. Ne, vorseitung, damit er stirbt, oder? Hat auch nicht so gekauft. Ich muss hier mehr trinken. Mein Typ, der trinkt zu wenig. Ist ja nicht so stark. Ah, keiner greift den an. Das ist doch kack. Dem mehr Leute, wenn die eben angreifen würden, mehr. Ja, ich will ihn angreifen. Drauf. Ja, der ist kaputt. Oh nein. Oh nein. Wow, war das knapp. Man war das jetzt knapp. Der war knapp. Ja, ich muss da reinjumpen und dann muss ich gleich die Ulti ziehen. Ja. Ist der? Ach, siehst du rübsen der Ulti raus? Ne, ne. Der Ulti ist irgendwas. Da kommt irgendwie so Wein aus dem Boden raus, oder irgendwas komisches. Ich muss da reinjumpen, oder erst reinjumpen, rülpsen und dann den Ulti ziehen. Oh. Ah. 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 Fuck. Ich hüpfe immer vorbei. Jetzt muss ich noch ein bisschen besser koordinieren hier. Dumme Schwein, ja. Ich werde doch nicht mal alleine vorrushen, das ist doch mal blöde. Wo steht's denn eigentlich? Ja, wir liegen hinten. Knapp. Ja, wir haben uns nicht verloren. Der will voll auch nicht. Ich liebe dieses Rülpsen, es hat so Bock, keine Ahnung warum, aber... ...feier ich irgendwie. Oh leid, das ist voller Wandhit von der Arme brutal. Ja, du bist irgendwie oben in der Luft gewesen oder so. Hey, die andere ist nicht. Ja, ich bin schon. Das war der andere da. Boah, stirbt so. Nice. Oh leid, jetzt hat er mich in sein scheiß Loch gezogen, die blöde Fotzer. Assi, Toni hier. Ah, guck, ich bin reingejumped, hab den angeröbst und hab dann den Ulti gezogen. Und da hab ich den über die Hälfte abgesaugt schon. Ja, nice. Ich guck's auch immer an. Ja, nice. Ich guck's auch immer an. Ah, fuck. Vorbeigerambelt. Spring, spring. Oh man, der killt mich. Der killt mich. Jetzt war's. Scheiße. Ja, ja. Weil er sich geholtet hat. Das hab ich vielleicht noch gekriegt. Ja. Ich rush viel zu viel rein schon wieder. Es ärgert mich. Boah, boah, boah. Ja, hab ich ihn geholt. Angeröbst und geholt. Aufhalten, 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 aufhalten. Ah, vorbeigejumped wieder. Oh, jetzt wird's langsam dünn hier. Sagen sie mal, beeilen, ja. Soll ich mal ein bisschen ausgleichen hier. Vor allem ich Sunsimade. Und dann sind wir grad irgendwie nicht am pushen. Aber keiner kommt mit. Ja, so easy für die Ecke. Oh, da soll es was tun. Armut. Was? Und ich glaub, wenn du jetzt einen anderen Char noch genommen hättest, dann wär das ja anders, ein bisschen anders abgelaufen. Oh. Ja, aber ich mag auch, ob ich das nicht so schlecht, aber das hat mich mal als kein Killer, ja. Das ist der Christ, ja. Ja. Die hauen mir ganz schön auf die Fresse jetzt. Obwohl die gerade mal zwei Kills mehr haben. Ich versuche jetzt mal hier hinten ein bisschen den Kasten freizuhalten hier. Vollrushen bringt ja auch jetzt nicht so viel. Wir haben jetzt so einen großen Akku, das ist schon wieder weg. Jetzt haben wir es ein bisschen hintergedrängt. Da war noch nicht so lange drinnen gewesen. Oh, dieses blöde Schwein, das geht mir auch richtig auf den Sack immer. Oh lol, jetzt hat er mich in sein scheiß Loch und dann diese dumme Krake. Ey, willst du mich verarschen? Also hier. Hartgründig. So, ein Ton hier. Die macht den Damage? Nicht heiser. Mhm. Auf die Fresse. Habe ich kein Ulti hier. Das war's schon wieder, man. Dieses dumme Loch. Das geht mir richtig auf den Sack. Das dumme Loch. Ich muss mehr saufen. Der muss mehr saufen. Der muss mehr saufen. war ja wohl er war nice schön noch mal angerübst das kompletten als auch die soli war sofort der war gut richtig gut ist der nächste tot der nächste ist gestand ist weg ja wir haben es fast nur noch 20 punkte da sind wir wieder dran das ist auch gar Sinn ja hol die hol dir was schickes ich halte den Kasten hier frei dass da keiner reinrabbelt aber wenn einer stirbt von uns zieht das auch Punkte ab schade ich dachte nur das zielt nur wenn die Minions reinlatschen na gut das schaffen wir dann wohl nicht mehr ja ach fuck ok das haben sich auch noch mal geholt naja sinnlos ich bin am Anfang wohl doch ein bisschen zu oft reingejumpt so das war vielleicht ein bisschen das falsche ja den hau ich auf die Fresse lasst mich ran an den da haben sie aber Glück gehabt ja das war es vier Dinger noch drei schade ja schade 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 ja es hätte aber auch anders ausgehen können ja es war jetzt nicht so eindeutig das lag nur daran dass du jemanden das zu probieren wolltest ja genau das hätte ich gecarried ja jetzt wäre das hier anders abgelaufen 20 Kills klar standard ja ich hätte nur vier Kills und bin glaube ich achtmal oder neunmal gedeiht 3-4-4-2 ah da habe ich ein paar Archive mitbekommen Smite Gunst 3-5-2 4-5-2 5-5-3 4-5-4-3